2n ist keine Aussage. Sie kann weder wahr noch falsch sein. Außerdem würden Sie damit sagen, packt mir alle n in die natürlichen Zahlen, für die und jetzt 2n. Achso, Sie wollen sozusagen alle... Ah ja, Sie wollen alle Doppelten der natürlichen Zahlen reinpacken. Jetzt habe ich es verstanden, genau. Das wäre eine einfache Art und Weise. Man macht ja Folgendes auch beispielsweise. Wenn man die Menge z hat, dann gibt es die Konvention, dass man, wenn man 2z schreibt, die geraden ganzen Zahlen meint. Das würde in die Richtung gehen. Aber mit dieser Art Schreibweise, da wählt man immer aus. Das ist sozusagen eine Auswahl aus einer gegebenen Menge. Wählt man mit einer Aussage, die wahr oder falsch sein kann, aus der gegebenen Menge aus. Und dann könnte ich jetzt hier nicht schreiben 2n, weil ich damit keine Aussage habe. Also ich brauche eine Aussage, um aus der Gesamtmenge der natürlichen Zahlen auszuwählen. Die Frage war, warum schreibe ich nicht hier auch, es existiert ein. Ja gut, ich muss mir immer überlegen, was will ich denn sagen an der Stelle. Hier oben will ich sagen, ich will alle n haben, die größer sind als 100. Also brauche ich auch einfach nur sagen, meine Bedingung, um ein n auszuwählen, ist n größer 100. Hier unten ist es ein bisschen komplizierter. Ich will sagen, ich will alle geraden Zahlen haben. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie charakterisiere ich denn gerade Zahlen? Gerade Zahlen sind durch 2 teilbar. Was heißt durch 2 teilbar? Es gibt irgendeine andere natürliche Zahl, die mal 2 genommen diese Zahl ist. Und genau das habe ich jetzt hier hingeschrieben. Und da brauche ich sozusagen den Existenzquantor. Da oben brauche ich ihn nicht, da muss ich einfach nur sagen, n größer 100. Warum auch den Existenzquantor? Weil nicht für alle, eben als natürliche Zahlen, gilt ja 2 mal n. Für alle natürlichen, formulieren Sie nochmal. Also ich nehme mal irgendein n, ich nehme mal die 100. Und jetzt würden Sie sagen, für alle natürlichen Zahlen gilt, m mal 2 ist gleich 100. Sie sagen, für alle natürlichen Zahlen, m gilt 2 mal m ist gleich 100. Und da würde ich sagen, für die 49 zum Beispiel gilt das nicht. Im Endeffekt ist es ein existierter n. Wenn Sie ein festes n haben, und hier mit wähle ich sozusagen, ich gebe praktisch gedanklich alle n's durch und prüfe diese Aussage. Damit ist bei jeder Prüfung das n fest. Und dann gibt es nur höchstens ein m, sodass das gilt. Okay, noch weitere Fragen? Nein, okay. Gut, jetzt habe ich hier schon mal so ein paar Mengen hingeschrieben, die Sie kennen. Ganze Zahlen, es gibt noch die natürlichen Zahlen, mit oder ohne 0. Dann kennen Sie noch die rationalen Zahlen, beispielsweise die Menge der rationalen Zahlen. Das waren alle Zahlen, die als Bruch geschrieben werden können. Es gibt noch die reellen Zahlen oder die Menge der reellen Zahlen. Das ist die Menge der rationalen Zahlen, ergänzt um die Menge der irrationalen Zahlen, also der Menge der Zahlen, die nicht als Bruch geschrieben werden können, beispielsweise Pi, Wurzel 2 oder ähnliches. vielleicht kennen jemand von Ihnen noch die komplexen Zahlen. Damit kann man die Wurzel aus negativen, reellen Zahlen ziehen. Einfach mal ein paar Beispiele für Mengen zu nennen. Achso, eine wichtige Menge gibt es noch. Diese hier, das ist die leere Menge, die Menge, die keine Elemente enthält. Da ist nichts drin. C ist die Menge der komplexen Zahlen, nur um noch mal eine weitere Menge zu nennen, die so standardmäßig gebraucht wird. Die wird in dieser Veranstaltung keine Rolle spielen. Ich habe sie einfach noch mal genannt, weil, wenn ich diese Reihe mit natürlichen Zahlen, ganzen Zahlen, rationalen, reellen Zahlen, muss man einfach die komplexen Zahlen am Schluss auch noch erwähnen, um vollständig zu sein. Ja? Es gibt Veranstaltungen hier, da werden komplexe Zahlen behandelt, aber das hängt auch davon ab, was Sie später wählen im Hauptstudium, für welche Veranstaltungen Sie sich interessieren. Okay. Ah ja. So, jetzt kommen ein paar Definitionen. Ich muss Ihnen einfach mal ein paar Definitionen nennen. Und zwar definiere ich den Begriff Mächtigkeit Intuitiv gesprochen besagt Mächtigkeit sowas wie, wie viele Elemente sind in der Menge drin. Und die Mächtigkeit einer Menge schreibt man mit so zwei Betragsstrichen. Wenn Sie diese Menge M hier nehmen, dann sehen Sie, es sind drei Elemente drin. Also ist die Mächtigkeit dieser Menge drei. Genau. Wenn Sie eine Menge nehmen, so Betragsstrichen rummachen, bedeutet das, es gibt mir die Mächtigkeit der Menge und damit kriegen Sie hier bei endlichen Mengen eine natürliche Zahl. Die Mächtigkeit der leeren Menge ist erwartungsgemäß Null, weil nichts drin ist. Jetzt kann man sich fragen, warum nennt man das Ding Mächtigkeit, warum nennt man es nicht Anzahl der Elemente oder so. Man hat einen eigenen Begriff erfunden, weil es gewisse Komplikationen gibt, wenn man unendliche Mengen betrachtet. Die Menge, die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen ist unendlich. Es gibt unendlich viele Zahlen in der Menge der natürlichen Zahlen. Genauso bei den ganzen Zahlen gibt es auch unendlich viele, reelle Zahlen auch unendlich viele. Und dann hat man irgendwann mal angefangen sich zu überlegen, gibt es eigentlich mehr ganze Zahlen als natürliche Zahlen? Natürliche Zahlen, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bei den ganzen Zahlen kommen noch die negativen dazu. Müsst ihr eigentlich doppelt so viele ganze Zahlen wie natürliche Zahlen geben. Die ganzen positiven natürlichen Zahlen und dann noch die ganzen negativen. Wir können es jetzt nicht im Detail behandeln, aber ich sage Ihnen mal, es gibt genauso viele ganze Zahlen wie natürliche Zahlen. Und dann kann man sich fragen, gibt es jetzt mehr Bruchzahlen als ganze Zahlen? Müsst ihr eigentlich, ne? Ich habe die ganzen Zahlen und die Brüche liegen auch noch dazwischen. Und zwar unendlich viele Brüche liegen jeweils zwischen allen ganzen Zahlen. Und dann stellt man fest, es gibt genauso viele Bruchzahlen oder genauso viele rationale Zahlen wie ganze Zahlen. Und irgendwann kommt man aber auf die Erkenntnis, dass es tatsächlich mehr reelle Zahlen gibt als natürliche Zahlen. Komisch. Es gibt unendlich viele natürliche Zahlen, es gibt unendlich viele reelle Zahlen und trotzdem gibt es mehr reelle Zahlen als natürliche Zahlen. Und da kommt man in so gewisse Formulierungsschwierigkeiten rein und ja, deswegen hat man sich darauf geeinigt, man verwendet den Begriff der Mächtigkeit. Und damit meint man ein eigenes Konzept und kann damit auch ja, verschiedene Unendlichkeiten beschreiben. Okay, darauf werden wir vielleicht auch, werden Sie vielleicht auch im Laufe Ihres Studiums mal stoßen. Im Rahmen dieser Veranstaltung vermutlich nicht. Gut, jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir mit den Mengen auch was machen. Sie erinnern sich, bei den Aussagen haben wir ähnlich angefangen. Wir haben erstmal definiert, was ist eine Aussage und dann haben wir Operationen definiert, um mit diesen Aussagen was zu machen. Jetzt sind wir in der Mengenlehre, das heißt, wir brauchen jetzt Operationen, um mit den Mengen was zu machen. Und die erste Operation ist die Vereinigung zweier Mengen. Ich nehme mal jetzt ein Running Example, das ich jetzt für die ganzen Operationen als Beispiel verwenden möchte. Und zwar nehme ich mal die Menge A ist gleich die Menge bestehend aus den Elementen 1, 3 und 8 und ich nehme die Menge B bestehend aus den Elementen 1, 8 und 12. So. Die Vereinigung zweier Mengen bezeichnet man so. A vereinigt mit B. Das ist so ein U. Ein U. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ich packe beide Mengen zusammen und bilde eine neue Menge bestehend aus allen Elementen, die jeweils in den einzelnen Mengen enthalten sind. Dabei muss ich berücksichtigen, dass kein Element doppelt vorkommen darf in der Menge. Was bedeutet, die Elemente, die doppelt vorkommen, sind dann eben nur einfach in der resultierenden Menge. Also wenn man jetzt hier mal so Mengendiagramme malt, A und B, dann gibt es Elemente, die sind in A drin, aber nicht in B, die sind in dem Bereich, es gibt Elemente, die sind in beiden Mengen drin, es gibt Elemente, die sind in B, aber nicht in A. Nehmen wir mal ein Beispiel, also die 1 ist in beiden Mengen drin, die schreibe ich hier rein, die 3 ist nur in A drin, die 8 ist in beiden Mengen drin und die 12 ist nur hier drin. Jetzt habe ich hier ein Mengendiagramm oder auch ein sogenanntes Fenn-Diagramm gemalt. Und jetzt kann ich hier auch verdeutlichen, zum Beispiel mit einer Farbe, was meine ich mit der Vereinigungsmenge. Die Vereinigungsmenge ist einfach alles in einen Topf geworfen. Also das hier. Was man sagen kann, ist, wenn man dieses Beispiel hier verwendet, A vereinigt B ist gleich die Menge bestehend aus 1, 3, 8 und 12. Sie hatten eine Frage gehabt? Hat sie erledigt. Okay. Jetzt mache ich etwas, was sowas von verdammt nützlich ist, werden Sie bald feststellen. Ich führe die Definition der Vereinigung oder generell die Definition der Mengenoperation zurück auf die Logik.